hallo meine freunde und willkommen zu einer neuen folge neverwinter im 3er team die drei hübschen damen wir sind jetzt in der city und ich würde sagen zum reitding zum reitding genau unterwegs ist ein cooles gürteltier und drachen wir haben mehr die reittiere richtig genial hier ist er nicht wartet mal da ist einer richtig mit 30 drache ja der blau drachen damit sein krasser hätte ich auch gerne so schon teuer muss man schon gucken also da fällt es vom stuhl hier lang seid ihr guck auf dem map vor allem auch gleich ein boost damit wir auch gar nicht hinterher kommen ja aber ihr seht es doch auf der map wo man wer hier ist aber das ist ja nicht oh gott herzrasen bekommt hier kriegen wir reittiere ja ja reittierhändler tatsächlich noch sagt ich soll mit euch über pferde sprechen cool stabilo pferd water die pferd welches sind cooler leute die pferd ist sowieso gefleckt also helle beinahe es ist dunkel und das sieht nicht gesund aus sieht nicht was nicht was aussieht nicht gerade gesund aus das ist das dunkle ich nicht wenn ich das dunkle darfst mag eingetauscht ok ich hab das stabile pferd gekauft ok da muss ich dann genau muss einsetzen wurde inventar ausgerüstet zack fährt im gürtel ok bewegung 50% ja trophäer halten in den sattel ich hab cool wir haben die 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 irgendwie die elementar ist die die käfer abgegeben hat mir gerade ein aktuell ist das viel komisches feld ist ja so ein paar tiger streifen drauf das sieht aus wie ein zombie pferd das sieht aus wie gepasst ich sag ja das sieht nicht gesund aus wie viel reitern achso hier ist es welches hat dann 10 genommen auch das ja hätte ich auch genau habe ich auch genau da jetzt in den pigment flecken ja ich hab extra das jetzt nämlich schon gedacht habe weil wenn du sagst nicht gesund dann weißt du ganz genau welche pferd ihr nehmt ja so haben wir die alle die gleiche das sieht auch cool aus das pferd ist ja ich finde die streifen cool obwohl die halt so ein bisschen ok und jetzt meine lieben haben wir etwas ganz cooles und zwar wartet mal ab jetzt geht's los ich starte das es geht los ich mach mich schon mal warm was los was jetzt hast du das wasser oh scheiße ich nehme das an ja und dann mal kreislich ablehnen war es nur abgelehnt wenn du nicht mit willst auf die reise damals ich bleibe hier in der stadt hier fühle ich mich sicher obwohl ihr vielleicht unterwegs ne orgeschlacht ich fühle mich doch nicht so jetzt müssen wir warten bis da oben alle fünf spiele angenommen haben irgendwer von euch hat noch nicht angenommen ja genau du auch ja ich habe nichts gedrückt aber da oben steht bei mir auch drei von fünf jetzt haben wir ja genau was wird es bei mir abgelehnt hätte wird es bei mir auch nicht mehr stehen ne dann wäre es deaktive Leute und wir hüpfen mal so lange hier ein bisschen rum was hast du ui ach so das hast du getan ok ja das ist voll geil der baum in der stadt der ist krass ne ok der läuft sich aktiviert siehs nicht cool aus mit meinem pferd hier in der steppe hier und meine talente und so verteilt der krankerbogen doch absolut mein pferd muss auch mal was trinken nicht gleich den ganzen see du oh ich kann jetzt zwei oh ich kann zwei attributspferde verteilen könnt ihr das auch ja ne ja vom lift abstimmen oh ja das muss auch noch machen kräfte und alles das machen wir später warte auf wartelisten weiter reagieren sagen wir müssen noch mal annehmen weil einer hat gepennt von den was für aufmerkauf spezialquests ich würde sagen so lange wie wir warten können wir schon mal wieder uns in den questbereich ja wobei ich werde gerade wohin gespawnt ja was los geht ich wollte gerade mal eine attribute verteilen weil ich stärker werden muss für die instanz jetzt wird gemetzelt alter orcs wenn es richtig heftig so warte ich werde es trotzdem mal kurz was jetzt mal ausspür ich hab keinen gefunden der spielen wollte ehrlich man findet doch immer welche bock körper wer ist runter jumpt und alles töten richtig dann kommen die orcs beginnt hört ihr oh nein die erste welle kräfte was muss auf jeden fall glauben ah das kann auch nicht da muss ich jetzt mal 20 punkte fach 015 ok wir sind noch ein bisschen low wir sind low aber egal ich habe es trotzdem ich habe es trotzdem die anderen sind auch level 16 wir sind gerade mal der wc ja ist ja trotzdem witzig ok muss ich glaube das verbessern bringt ja nichts so alles klappt krass wir helfen hier ihr regeln das und ich versuche mich ja so gut geht zu heilen aber meine heilung ist halt nicht ganz so stark halten das heißt das können sie erst die mehr damage machen als ich heilen tue alles gut ich kann auch noch heilen zur not ich kann das noch machen hier das ja ich kann das hier machen das heißt cool zeit gehen einfach das ist geil auch ist die magic aura ja aber wir haben thora diener da unten was mir ja haben wir bei uns wir können gewinnen na dann sind sie auch wir müssen hier rüber 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 ich habe auch im haufer steht ich kann ja so spritten das will ich auch können also ich muss in den stick rein klicken ich bei mir mach dann dieses heil ding ja hast du vielleicht einen sprint gar nicht habe ich nicht genau alles rein ballern was wir hier haben immer mein glaubensland sogar verstärkt das ist von vorteilen nein mal so eine explosion ist nicht stark ich mache auch echt kein der mut bist du ja bist angegriffen näher euch die neben dir zum boden jetzt werden die super da ist auch gut wenn wir über uns gewalt die Erfahrungspunkte dafür ne ne ist das klar doch jo ist sogar nicht schlecht eigentlich so macht es auch voll laune ja richtiges gemütter wenn wir ein bisschen mehr schaden machen würden wäre es noch geiler aber ja ja klar aber so ist ja auch schon so gut schaden auf jeden fall hier vielleicht ich nicht ich habe auch keine ich glaube ich finde es ganz geil dass der Glaubensklerik der Glaubensklerik hier nämlich diese diese sondentiere ich sehe sie nicht der weg boosten kann ja wovor sind jetzt kommen die großen hier warte erst 30 das erste drauf sehr geil ich glaube ich wusste ne hat doch minimal oh wir fast tot ich habe scheinung heilung reingeworfen aber so schmeckt sie glaube ich kann ja sollten wir dafür erstmal astral siegel auf die gegner drauf sind ok das halte ich auch ein bisschen wenn die angreift dann wer hat der hat auf die abgesehen glaube ich ja du hast auch alle gerade gekriegt siehst du das ne aber da kann man auch einmal von mir aus kam es als die gerade auf einfach ja wo wir schreit nice ein oga getötet er sucht sich auch ein oga getötet auch heilung da ist noch einer 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 ja da kann man noch mehr so ja da kann man noch mehr so ja nicht wegrennen echt heavy auf dem da so echt wir müssen erstmal die kleinen schergen wegkriegen dann können wir uns um das andere problem kümmern ich möchte aber auch sehr so langsam ich kann mal voraussagen den typen wo wir hier wir werden akku von euch mehr ja 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 das ist schlimm ich habe noch mal eine heilung rein auch wenn es ganz gut aus wie vor uns ein mein heils gilt kann ich leider nicht weiter verbessern weil ich dafür erst 20 punkte vergeben ja auch so ja ein bisschen schade eigentlich das ist ja auch automatisch was austral siegel ist kurslein durch ein bisschen wenn ihr damit machen das noch einer du essen sagte du essen wo ich habe bekommen wie du nicht vorstelle generiert du hast du fahrschuld weg da weg weg da Mist gewohnt Leute was wollt ihr denn von mir ? verpisst euch ich sterbe Leute H money ich kann keine attacken raus ich habe kein dings mehr dafür ich komm ich komm ich komm ich kommen ich komm ich komm ich komm ich komm ich komm ich komm oh scheiße halt zu mir ja nlamit bleib bleib bei mir strasik zu auf den fetten worauf bleib bei mir die regnen zu mir das nicht mehr weg keine chance treffe mich trotzdem ich laufe ja ich habe sie hier was alles gut macht ihr damit sehr gut wollte immer zu mir rennen nicht weg rennen ihr habt sich gerade aus den augen vor einer hitze das gefecht ja wirst du warte ich gewerft noch ein bisschen heilung auf euch rauf jetzt kommt nee der boss kommt doch der boss kommt ja darum ist ja wir müssen zum boss aber doch nicht noch nicht aber hier da kommt trotzdem fährt da der spaß haben will ist nicht gerade richtig aus was dort diese kreuz man den dran weiß ich glaube dass die immun sind falls irgendwie kontrollefekt oder das ist das irgendwas ist eine fähigkeit man will jetzt ist das dauernd ja doch krass vor allem was wollt ihr von mir meine leute machen sehr gut ach dann wird das wahrscheinlich so ein mut sein dass die keine zauber machen können ja wahrscheinlich stößt ja das richten weil ich heilung reich warum ich besser heißt gilt ja es war schon ganz gut also dafür dass das level 10 ist es eigentlich ganz gut ich habe irgendwas kann ich jetzt machen ich habe aber ganz viele punkte irgendwie habe ich gar nicht angegriffen der kommt trotzdem zu mir ja du kannst genau du hast diese wartem was habe ich ganz vergessen dass noch diesen super ich habe mit 11 und vier kannst einen super tag auslösen das weiß ich aber ich habe noch mal so andere punkte komischerweise wo sieht man die interface ist von kurz links so ganz komisch wie deine klasse wahrscheinlich ja genau ich weiß ich die benutze also jetzt gerne was morgen sehr stark ich will gerne wissen wo die hörner hat an seiner schönen jacke leute ich hab noch mal heilung drauf meinungs auffrischen doch habe ich dann muss ja ein bisschen bewegen leute ich kann euch mal nur um es heilen ja was ich habe welcher am arsch wo man zucker süßen apfel ko es geht gar nicht ich habe das gefühl ich bringe hier gar nichts wir müssen das noch mal machen wenn man ein paar level hörsel ja müssen wir auch ich habe auch nicht genug ladung zum heilen immer bleiben wir drüben alles gut alles gut ich lebe noch ich bin gut ich muss nur mein schild aktiviert hat er heilt auch alter wie schlicht einfach zu ja erstaunen ja dafür dass die op waren für uns ja echt nicht schlechter was gefällt mir definitiv sogar fünf selber sogar richtig geil 225 hast gar kein gemacht also meistens schaden keiner ist gestorben hier anzeigetafel ja das letzte mal wir doch schon habe ich habe 11.000 schaden alter schwede da richtig gekommen ein schaden ist das der sanitäter das gut sanitäter gemacht das ganz gut was ist das liebe schaden 11.000 habe ich gemacht am meisten 36.000 ja gut das ist auch meine klasse ist ja meine aufgabe jetzt kopf geld würde ich sagen nee warte das ist das ist genau wo man das timer hast du verlorene nachricht habe ich gerade was hast du verlorene nachricht verlorene nach was immer so ein torviertel zurück bringen ja auf die schon gemacht dann wähle ich dir auch raus die kurie das wohl das ist aber erstmal die hier kopf gelten so abgeben weil die haben wir fertig gemacht noch nicht abgegeben genau sie müssen auf jeden fall das torviertel zurück so warte auch als kurze mieters noch ein bisschen dass man hier auf eine welle länge kommen und jetzt jetzt ins torviertel zurück doch genau ja ich auch die kobold verseuchte des kardation und das spieler ist wo bist du ja aber nochmals doch das reit hier noch verbessern naja wo reit hier kann ja so dinge geben wenn sie gehen und sowas werden genau ok noch kanalisation durchsuchen nachricht zurückerlangen aber wir haben gar nichts noch was abgeben können doch wir gehen jetzt ins torviertel da können wir noch zwei abgebilden abgeben waren wir kakt damit ich muss reittiere charakter mit dürfen warum ich auch gerade ein senior halten ok und dann aufklärt sie das wohlstands ok eine siegne ausrüsten genau kampfkraft oder wo kannst du auch was haben möchtest kannst du dir aussuchen ach da genau hier stimmt so kann ich schon sagen was machen die bereit hier in die plastpost 2 pro rung golden erfahrungs gewinnen ja machen wir mal unser turmviertel wieder ja alles gleich dritten schluck ich muss irgendeine kurier nachricht verbringen verlorene nachricht selbst zu fuß bist schneller als ich mit dem pferd ja was kann ich ja nur kurz aktivieren ah hier ja voll geil hier diese instanz hier vorne hier mit den ganzen groß bewachsenen gebäuden ja richtig gut gemacht sie aus wie zelle so ein bisschen die altstadt ja stimmt das alte baustier schon wenn die da weggekommen wie gefreit irgendwann wie angeredet ich gerade und das muss ich gar nicht sich jetzt erst ich kann mich so ganz doch die später der vergangenheit lassen wir jetzt ist egal das nervt ja nebenbei nur also ich sammle die wenn ich herumliegen einsamen die nachricht schon hier verlorene nachricht zurück allein ok haben wir hier hast du auch noch nicht angenommen verloren nachricht doch ich habe die warte wo warst du hier ne da hier wo ich bin hinter dir ach so das war ein gehörpaket warte mal kurz und so so schnell zurück geht dann abgeben ah hängt eine lampe fest Aktion derzeit nicht möglich verkackeier mich nicht weil der fährt abgeben erst mal wieder zurück ich folge meinen goldenen fahrt ne ne feuerkäfer mit riftel fahrzeit genau das muss ich auch machen sprechen naja hier dem fahrt einfach folgen genau Mist der ist in der gülden hervorgehoben und glitzert und dann auch viel quest vor und weil es sich hat voll fehlstaub das ist auch extrem und meia ist noch bei uns in der gruppe drin ja das sagt ja vorhin er ist der einzige high bei uns du bist schon wieder level 11 ja weil ich die hier gerade abgeben habe die quest hier um ich wurde zum lager zurückgeführt ach so okay ja die könnt ihr auch gleich abgeben das war diese kopfgeld quest oh alter die nächste quest gibt über 1000 boah krass yeah dann ran an den speck freunde auf jeden fall man da ist noch eine quest ja nehmt die hier mal jagd der relikten an ja boah alter ich sehe schon da gibt es richtig viel und hier die abgeben dieser special level warum seid ihr beischt level 11 ich nicht verkehrt abgeschlossen ist nie so schwer zu finden die auf dem boden glitzern hättest du mir die augen aufgemacht kannst du mal mehr rausschmeißen aus der also ich bin ich bin führer ne sie sind nur schwer wie geht das ne jannis du musst du führer da musst du ich echt aber ich hab deine einladung angenommen wie kann ich dann der führer sein ich habe jetzt verlorene nachricht muss ich erstmal abgeben und dann habe ich wo stiefel des blutes würde ich dann bekommen jetzt habe ich abwasser kanal ich auch kanal planschen hat sich schon mal gemütlich aber ich glaube wie kann man das noch in fünf minuten jahre ich war hier gefährten geht das wahrscheinlich schmierlevel ab unglaublich hey wie kann man leute aus der gruppe rauswerfen wie funktioniert der schütze gute frage ich hab doch keine ahnung wie das funktioniert ich verteile meine kräfte wieder ich auch ja ich würde sagen wir gehen schon mal rein fünf minuten und da drin gibt es ja immer lagerfeuer dann halten wir an einem lagerfeuer ja genau was macht ein meyer warum läuft sie mit uns hier mit ja der hat die gruppe nicht verlassen er möchte weiter mit uns spielen ja aber der ist auf einem ganz anderen niveau vielleicht macht es ihm spaß mit uns mitzulaufen wir sollen nicht mit uns mitlaufen aber wo ist mir eigentlich egal das soll uns nicht nerven ok lass rein in die instanz die arme wollte ein bisschen mit uns spielen aber oh nein guck mal sind sie umgedreht ich glaube nicht läuft sie weg ich bin ein bisschen enttäuscht jetzt meyer soll ich es wieder einladen jetzt ist zu spät jetzt machen wir es jetzt ich möchte jetzt spielen die arme das arme kind das leben ist manchmal einfach hart ja dann musst du durch verletzt verdammt ob wir sind ja fest dass es eine frau ist vielleicht so ein kerl ich meine wir spielen ja auch alle frau und so ist ja nicht der schein trügt manchmal richtig eklig solche lügner ist so ne also permanente blutung ja ja das ist nicht gut das ist gar nicht gut das ist gut weil er sagt muss ich alle wegbetteln ja bäm verpiss soll aber ich meine auch irgendwie ein bisschen damage hier wieder mal auf meiner klasse der hier in der schriftrolle ich weiß immer noch nicht wofür das nütze ist ich weiß auch nicht das weiß niemand so genau das ist wahrscheinlich wenn du mehr über das die welt erfahren musstest du auch aber aber ja aber dann bist du die meiste zeit des spiels mit lesen beschäftigt ehrlich gesagt ja ihr macht das da vorne schon ne ja wir geben uns Mühe auf jeden Fall wir geben uns Mühe auf jeden Fall wir geben uns Mühe auf jeden Fall wo Freund Feind ist ja der sieht auch nicht gerade freundlich aus also man denkt immer das ist ein Feind ich möchte nicht gerne mal eine Gruppe haben wenn ich eckern soll ich auch nicht aber der gehört nochmal zu mir ne lebst du den bitte wieder aus mein kleiner Zehnagel hä bis ist sie hier drinnen wie kann das sein dass sie hier drinnen ist ich hab sie eingeladen draußen und hat sie wahrscheinlich gerade erst angenommen das ist echt meine Güte also tat mir leid kommt doch ja es ist auch gemein gewesen wo sie reinkommt zwei Stunden lang sucht sie rauszukriegen vor allem sie hätte gewartet sie wäre mitgekommen hätten die einfach wäre mir einfach reingegangen was ich hab nur ne Verletzung gekriegt ich glaube ich werde gerade vergasst oder sowas irgendwas um mich drumherum Hello was kommt ne Fletscher nach vor oh yeah ich hab ein Single Mord gefunden mhm schick wir trinken wir gleich wenn wir die Dungeon hier beendet haben auf jeden Fall die Gümmerung ist gleich oh kleine Feier des Tages auf jeden Fall ich hab was auch einer von den guten gewiss also hier unten in dem Gemäuer wird nichts schlechtes sein auf keinen Fall also wenn da vor allem genau aus dem Fass kommt alter was der für ein Reif haben muss diese süphilis fässer weil nur im Fass reicht die weiter Alter ich kriege richtig geile der Loots jungen Omeya ist echt mit reingekommen lass mal ganz kurz ob sie warten ja komm machen nicht auf sie warten sie kommt gleich sie kommt nach sie gibt zu erfolge sie drifte davon oh nein oh nein sie warten auf mich ich muss schneller sein aber hier ist die Truhe wir geben ihr 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 die Truhe ich bin einverstanden können wir machen ich mag das anderen Leuten zu helfen ich auch manchmal Spaß und jetzt wieder raus aus der Gruppe sie ist extra in meinen Weg gelaufen wir schmeißen sie wieder raus ist sie da? ist sie da? ich weiß nicht ja da ist sie sie kommt jetzt da hinten gleich hä sie kommt uns entgegen ach ne ach quatsch da kommt sie lass dich alle begrüßen mit hüpfen ja wir können auch irgendwie gesting machen ich will so ne gesting machen ja muss nach links und nach unten glaub ich hey Freunde dann kann ich nur reden ach ja stimmt soll die nur hüpfen soll die nur hüpfen ja 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 die freut sie auch warte ich fühl sie dahin ich fühl sie dahin ich heil sie erstmal sie verstehst nicht da haben wir die Menschen wieder glücklich gemacht yeah hier nimm die die Schlusspunkt Menü Kanal wechseln Chat navigieren Wert eingeben Menü ja sie nimmt sie aber ich glaub wir können die auch noch nehmen echt? ja tatsache ok weiter gehts Jan du kannst die Kiste auch noch nehmen hast du eine für jeden? ja cool Fehler ihr seid verletzt warum Fehler ihr seid verletzt aber was ist ein Fehler ich kann nicht kämpfen weil ich immer einen Fall Stoff drücke Mann oh das ist ein Impost 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 ich geh zum Impost warte kurz erstmal muss ich den Sieg nie rauf klatschen nein 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 Frau oh ありがとうございます ich will ihn töten die wischen kann hat vielleicht sich ja beine bekommen ja bein schieb hat immer anlegen du hast beine bekommen ich ruhig über mann hier um inventar mann nie mann nie neue bein schienen der nice okay ich bin durch dies ich auch erst dann würde ich sagen gehen wir wieder raus jetzt ihr ladies und ich würde sagen das war es auch dann genau perfekt abgeschlossene von ja mit ein bisschen schnippeln ist dann auch super gemacht dann würde ich sagen schön dass ihr dabei war leute ich habe einen neuen freund gefunden hoffentlich hat es euch gefallen genau wir haben einen neuen freund eine neue frau in unserer gruppe lasst ihn mal als freund hinzufügen ja mach das mal das ist ein siegestanz fahrer geht keine ahnung wie es geht und wir feiern noch ein bisschen trinken gleich den single mold und dann sehen wir uns bei der nächsten folge wieder ihr lieben bis zum nächsten mal ciao ich hab dir die quest hier auch bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal